Die CSU hat am 7. Juni mit 48,1% in Bayern und 7,2% im gesamten Bundesgebiet ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Nur dank Ihrer Unterstützung war es möglich, dass wir wieder kraftvoll im Europäischen Parlament dabei sind und damit die Interessen, die Sorgen und Nöte der Menschen in Bayern vertreten können. Ein ganz herzliches Dankeschön und Ihre Stimmen sind unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass bayerisch in Europa selbstverständlich vorkommt, dass Ihre Interessen auch hier vertreten werden.